So und ich werde das Puzzle jetzt puzzeln. Viel Spaß! So und ich werde das Puzzle jetzt machen. 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 Und fertig. Ja, das war ein Puzzle. 100 Teile, was ich gepuzzelt habe. Wir schauen uns das Puzzle jetzt mal von oben an. Und los geht's. Ist das nicht klasse? Super klasse. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Ihr konntet sehen, wie ich dieses 100 Teile Puzzle gepuzzelt habe. Noch in Top-Qualität. Ja, warum ich das gemacht habe. Ja, ich habe das vor einiger Zeit... Ich habe das mal gekauft gehabt. Und habe das im Schrank liegen gehabt. Oder vielmehr im Keller. Habe es mal wieder rausgesucht. Im Keller hatte ich es ja nicht, aber bei mir im Schrank. Habe es rausgesucht, habe es gepuzzelt. Und ja, es ist eigentlich ein ganz tolles Puzzle. Und ich finde, was ich damit sagen möchte... Ich werde irgendwann auch noch mal von mir mal wieder ein Puzzle machen lassen. Entweder von meiner Hündin Fly oder von mir und meiner Hündin oder von mir und mein Hund Timmy mal gucken. Da wird sich sicher nicht mal was ergeben. Und das werden wir natürlich dann auch wieder zusammen puzzeln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Während ich das Puzzle am meisten von oben gepuzzelt habe und ein bisschen von der Seite. Und jetzt schauen wir uns das nochmal von der Seite an. Ja, das tun wir jetzt mal. Viel Spaß! Ciao! Ciao! Haha! 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 Hallo! Baby, tot res? Ramach, was psi? Kamach, bals? Kamach! Healkach, bals? Kamach, sprach! Wait! Klere? Untertitelung des ZDF, 2020